wie muss man die noch mal machen damit die ich glaube einfach ich glaube es ist einfach nur killen war dann nie leben müssen wir müssen diese dinger doch aus rein sprechen ja da spritzer oder hier waren die das nicht doch das waren die 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 viecher sind das ist was wir müssen aber erst unseren scheiß nest finden das haben wir doch hier scheiß dahinten dahinten haben wir jetzt gerade eins verpasst hier ist ein nest ja mal wenn wir in der ziel ok dann haben wir jetzt noch eins wach ist tot wachst nö müsste einer helfen wo bist du ich probiere mir gerade diesen badass zu holen aber ich mach ihm überhaupt kein der mensch war ja war 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 wir wie ich ausgezeichnet ok dann haben wir das auch noch aber da war noch irgendwo nach hier eine aufgabe oder da vorne war noch eine aufgabe die möchte ich vielleicht jetzt letztes mal was äh drachen heute ist es blei hä was ist denn letztes mal ist drachendorgen äh gestorben ja da kann ich nicht viel machen wenn hier so ein scheiß wakir kommen ach klasse sirene haben wir nicht mehr haben wir nicht was mich gerade interessiert ist dieser laserzaun kommt mal mit wir brauchen dringend leben doch was du nicht sagst äh da war doch da war doch hier jonas letztens nö also bei mir ach ne hier nicht seht ihr irgendwo hier ein schalter ich renne da jetzt einfach durch ok ich schieße da noch besser wenn ich besoffen bin ich sehe blöde was hier gerade kein schild drachen vielleicht mit frau durch rennen ich war hier eigentlich auf der suche nach leben ne also sonst gehen wir noch schnell dahin was da auf uns wartet wo liegt das so wir müssen hier einmal außen rum daran erhalte ich mal ein bisschen im hintergrund so ich muss mal schnell wieder frische waffen anderer waffen ausrüsten der nervt schon irgendwann mit seinen scheiß schüssen dann ja er nervt oftmals ein paar missionen äh kommt hier rüber da aber es ist tiny tina tiny tina oh scheiß und goliath uuuh ich hab ihn wüten gemacht ich hab ihn wüten gemacht äh zum glück gar nicht und ich hab ihn dicke oh wow scheiße so so auf was wartet denn uns herr tiny tina befreist hier mal wieder ein bisschen marcus munition so wohin müssen wir dann diesmal das leute ich bin sofort da ich muss gerade noch was verkaufen ich bin auch gerade am verkaufen ich brauche echt mal eine gute gute waffe auf shot range habe ich gar nicht okay weil ja ein gewisser kill dabei meine shotgun ich habe sie doch gar nicht das siehst du hier ist doch eine andere schrutt finde gerade ja du hast du hast die fair verloren ja also eigentlich bringt überhaupt nichts zu springen doch und ist in der luft ja der aussicht ist besser ja wird das schlimm aber schneller ist es auch nicht ein nein perfekt gelandet drachen hängt wieder zurück ja ich musste noch was auf ja 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 so er hat sich ist mir nicht ich will mal wissen bleiben auf den schienen stehen ich will bleiben möchte auf den schienen stehen wo 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 chopper wir hatten weiter er 61 er er es er weir wer wer er mein du wer Was? Ich will nicht mehr leben. Da der... Wo? Aus welcher Richtung kommt der Zug? Das wüsste ich auch gerne. Dra, du musst dir selbst helfen. Warte, ich helfe nur schnell Drachen, ich komme gleich wieder. Wenn ich auf dich schieße! In dein Kumpel! Ja! Vielen Dank, vielen Dank! Sieg mit dir! Wow, jetzt hat's mich erwischt. Drachen, was hast du da schon wieder ersch... ersch... erschaffen? Blei, hilft mir! Ich kann schlecht, oh. Bad ist Woldiard vielleicht? Ja, das glaube ich nämlich auch. Also töd dich ihn auch. Wir haben nämlich hier ein wichtiges... Experiment anlaufen! Oh! Wow, 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 wow! Autsch, Autsch! Mach das auch? Lol! Oh, gut, man könnte sagen, ich bin tot. Ja, du stehst ziemlich meine Antwort an. Oh, nee. Na, nur einmal durch. Okay, dann können wir ja weiter. Warte. Ihr wartet jetzt erst auf mich, bitte. Warte mal. Also, dadurch, dass der Typ überfahren wurde, ja, habe ich jetzt drei neue Waffen. Ich muss eh noch erst rausfinden, wie wir zu der anderen Basis kommen. Hier hoch, einfach. Nee, wir müssen noch weiter außenrum wieder laufen. Lachen der Trophäe für meine Wad. Ey, habt ihr mir nicht mal was von den Waffen übergelassen? Du hast ja gar nichts gemacht. Das Drachen hat es ja eigentlich alles gemacht. Hä? Hä? Gibt gar nichts. Oh, lol. Das ist eine Miene. Hä? Hä? Wie, wie, wie? Mach den Palopanther. Ach, da. Äh.